Hallo, ich bin Iris Müller, Inhaberin von Lille Deluxe Blumen. Wir sind hier gerade in der kleinen Zweigstelle auf der Neuster Straße in Nippes und wir haben hier ein Blumengeschäft und sind spezialisiert auf Fairtrade-Rosen, haben sehr viele Blumen aus der Region, führen unter anderem dieses Ich-bin-von-hier-Siegel, was ausgezeichnet ist von Regionalität. Mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Blumen auch aus der Region beziehen, damit möglichst wenig Transportwege entstehen und das Ganze auch fair und ordentlich abläuft. Ich persönlich lebe in Nippes, ich liebe Nippes, ich mag es wahnsinnig gerne in die kleinen Seitensträßchen zu gehen, mich hier und da in ein Café zu setzen und ja, so ein bisschen dieses Großstadt-Flair zu genießen und trotzdem halt auch dieses Heimatgefühl zu haben, weil Nippes halt auch so eine kleine Gemeinschaft ist. Es ist immer schön, hier die Zweigstelle zu besuchen, weil wir legen sehr viel Wert darauf ausgefallene Blüten aufzuhaben und es ist glaube ich immer wieder spannend zu sehen, welche Deko-Ideen wir für euch bereithalten. Von daher ist es jederzeit einen Besuch wert. Wenn ihr in die Zweigstelle kommt und plant, eure Hochzeit zu dekorieren oder wirklich größere Events euch überlegt habt, können wir gerne hier auch einen Termin ausmachen für unseren Hauptladen und da besprechen wir das Ganze dann in Ruhe. Ich liebe Blumen im Besonderen, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Moment, mit Blumen Emotionen auszudrücken und es macht mich immer wieder sehr glücklich zu sehen, wie die Reaktionen von Leuten auf unsere Blumensträuße sind und es ist einfach das Schönste der Welt. Ich bin damals Floristin geworden, weil ich habe meiner Mutter immer geholfen, Blumen zu sammeln. Wir haben die gemeinsam gepresst und ja, auf dem Weg bin ich zu den Blumen gekommen, habe in Köln meine Ausbildung gemacht und bleibt meinem Beruf einfach freu, weil ich ihn liebe. In Nippes, Lieblingsplatz, in jedem Fall der Schillplatz, der ist super. Ich liebe das abends da in schöner Atmosphäre zu sitzen, Bierchen zu trinken und meines Erachtens nach hat es fast so ein bisschen französischen Hinterhof-Charme. Der absolute Geheimtipp meines Erachtens nach ist definitiv das Barfly. Das ist eine Cocktailbar, wo es wirklich super Cocktails gibt und ja, ist von der Atmosphäre auch traumhaft schön und liegt so ein bisschen ab vom Schuss, von daher meines Erachtens nach in jedem Fall ein Geheimtipp.